ich will es mal in der luft machen 15 stück ok gut davon könnten wir ja man in der luft gemacht geil das ist geil aus du hast ja schon so ein starkes schwert was ich könnte jetzt ein ein licht schwert könnte ich machen gelbe wie viel der mensch macht es 21 es macht 16 23 das heißt ich behalte das ja hörst du den sound ja könnte auch eine taschenlampe sein aber egal dafür kann ich das ja ja das ist sowieso mindestens die man eigentlich können sollte das leiche und schon bei uns und nase okay gut dann habe ich das dann können wir jetzt 16 gold habe ich 16 gold in der piggy bank da kann ich auch mal nachgucken 19 warte ich mach mal gerade was dann bist du auch produktiv und rennst nicht nur hin und ja mach ich doch gar nicht nein nein ernsthaft nicht so ich habe so nebenbei noch internet hiermit machst du einfach mal den ganzen von der etage den ganzen hintergrund ok ja 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 pass auf dass du nichts auslässt so oder fasst doch arbeite sklave ja klar wie ich bin nicht ich bin nicht schwarz ich bin blau ich bin blau hallo ich bin auch blau das ist aber ich bin denn dunkler ja ich guck gerade nur so teile kann ich ja für dinges nehmen die special crafting sachen gehen nehmen und sag ich halt nichts besser so geht es jetzt die ganzen special sachen die dann woanders sind die ich gerade mal im inventar der kommt aber da kommt ein hause zu uns rein richtig für die tür ja auch toll richtig schlimm das behalte ich auch kurz noch neue räume machen genau die shark fins die kann ich noch mal tun wir mal mit hier rein das ganze silber zeugs kommt mit die truhe am besten wir brauchen fackeln fackeln brauchen ja genau zu dunkel ich hab noch fackeln ähm oh alter du lagst junge ich verstehe kein wort ich rede auch gerade nicht jetzt habe ich nur fackeln verstanden alter watsch das liegt an mir ich hatte gerade ein 5000er ping also ok kann ja mal passieren ne ja ich bin gerade schön hier am haus jetzt habe ich die tür weggeschlagen so dass ich da sieht noch hesslich aus irgendwas stimmt gerade immer stimmt bei mir gerade nicht ja 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 was denn hallo hörst du mich was denn jetzt was denn jetzt ist von mir so ein problem warte mal kurz ich habe ein problem also ich habe irgendwas sind 18 million tausender ping und die versteht ich kaum und jetzt 300 100 85 44 40 40 14 prozent paketverlust ok quantum ja hörst du mich gescheit ich höre dich die ganze zeit prima ok wieso höre ich die dann scheiße wenn bei mir der ping auf millionen ist komisch naja keine ahnung ich glaube meine mutter lässt die gerade pornos runter oder irgendwie so ich kann es gerade nicht erklären ja ok naja ich mache ja gerade eh nichts wichtiges außer haus bauen alter man headset hast du noch von den hintergrund warst gar nichts mehr dann doch 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 habe ich noch ansonsten ja ich gebe dir mal ein bisschen holz damit kannst du dir ja dann noch mehr craften wir werden jetzt hier auf jeden fall ich würde sagen die etage hier wird unsere thron etage und crafting etage die etage hier wird dann einfach weil jetzt hier schon die ganzen äh rüstungen stehen wird es einfach unsere hübsch aussee etage wo man die ganzen anderen rüstungen noch hinstellen und andere sachen noch und ab hier drüber machen wir dann wieder wohnungen wie kann man wie kann man noch mal ach ja guten ball ja wie kann man das machen noch mal ach so ok passt schon ich weiß gar nicht wenn es sind viel 300 reichen doch was 300 reichen doch oder naa muss nicht sein also für so eine große etage kann es schon sein dass es nicht reicht also es wird wirklich immens viel verbraucht davon ähm ich weiß gar nicht unser haus würde jetzt sonst so einfach als kasten weiter nach oben gehen solchen vielleicht mal ein bisschen ich sag mal ausgefallener bauen oder oder soll ich einfach so produktiv irgendwie stimmt bei mir nicht ich weiß es nicht ok ich verstehe manchmal seine sätze nicht aber ähm kann da ich so kasten lassen das ist mir scheißegal ok dann überlege ich jetzt mal kurz vielleicht ich soll es erstmal fackeln nein falsch also ich hab schon wieder so ein tausender ping geht ab aber du verstehst mich ganz klar ja ich verstehe dich perfekt ja anscheinend nicht was doch ich verstehe dich aber ich dich nicht warum meine hier die oberste reihe am besten damit ich da fackeln setzen kann ich habe keine mehr ich habe keine mehr äh äh ja okay gut ich würde sagen wie sieht es aus wegen den aufnehmen vielleicht machen wir hier mal kurz wie dann den cut oder oder das folgen ende je nachdem wie lange wird es aufgenommen haben werden wir ja dann sehen was denn ich habe kein wort von dir verstanden aufnehmen sehen wir dann aufnehmen also für euch zuschauer wir machen jetzt hier mal ein cut